Willkommen! Diese dreiteilige Elementgruppe heißt Romeo 18150 und ist von Willi Schillig. Ganz außergewöhnliche Kombination, ein überbreites Longchair, wo sich auch zwei wunderbar drauf kuscheln können. Ich bin jetzt leider alleine, aber Sie sehen, hier und hier genug Platz für zwei. Alles relativ soft gehalten, alles mit losen Kissen, die man dann auch tauschen kann. Und hier zwei Elemente, das ist gut für den Rücken, wenn ich das hier reinlege, dann habe ich im Lendenwirbelbereich eine super Unterstützung. Diese beiden Elemente sind in Samt-Velour grau-grün bezogen, ein ganz schöner Farbton, der super gut korrespondiert mit dem grünen Leder. Die Elemente können ineinander verhakt werden, dass das Ding fest ist. Wir haben noch eine fünfteilige Kombination, da können Sie auch anders mischen, dann müssen Sie uns halt fragen. Am besten Sie kommen hier in Empfing vorbei oder wir telefonieren. Ansonsten, Romeo ist was Modernes, Klassisches, was aber immer in der Mode bleiben wird, weil kubische Formen gehen nicht aus der Mode. Und Sie können hier es sich mit zwei, drei, vier Personen richtig bequem machen. Romeo habe ich einmal in dieser dreiteiligen Kombination. Schnappen Sie zu! Dankeschön und Tschüss! Tschüss!